Hat die Pumpe zwei Anschlüsse? Keine Ahnung, schau das Ding mal an. So sieht es aus. Ja. Oh. Halt es nur wieder ab. Da kannst du aber nicht draufklicken oder so. Nicht? Nein. Irgendwas Ding wird einfach nur mit irgendwas Ding gepowert werden und da wird es einfach pumpen, wie normales. Ja ok, jetzt pass auf. Ähm. Ähm. Idee. Hä? Geh her. Nää. Au, au, au. Ah. Rennen einfach nicht vorbei. Gib mal die Pumpe her. Die hast du. Ne die hab ich. Ja die hast du. Ach doch die hast du. Ok. Ja, dann machst du das erstmal nur hier provisorisch dahin. Water Pumpei, jetzt pass auf. Ich hab dir von schon vorgelegt, was wir brauchen. Ach, für ein Ding oder was? Ja. Okay, jetzt pass auf. Was brauchen wir hier da oben? Da brauchen wir ein Pipes. Oh Gott, Kaktus Green. Für, vor allem, du musst mir mal vorstellen, für ein Rohr. Ja. Das kann nicht sein, oder? Pfff, ich doch nicht. Ob das sein kann. Nein, nieder Lever. Ne. Das Wasser wird weniger, Paddy. Bin ja so nicht fertig, du Horst. Ach so, ach so. Aber die pump ich ja nicht an, oder? Ach so. Ich hab keine Ahnung, wie das ganze Zeug hier funktioniert. was ist denn? Hab ich jetzt das Ding, der Nummer ausgeschalten. Was ist jetzt aus? Hab ich das Ding, der Nummer ausgeschalten. unsere Energieversorge. Nein. 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 Das Ding kommt, der war auch nicht so, ne? Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Hast du gerade das böse Wort gedacht? Ich weiß. Ein böses Wort. Fuck. More Handy. Ähm. Ich muss es auch jetzt sagen, ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Ich, ich sehe, der Statuslauf ist. oder roth ist ist er voll konkret Gestern viele macht ist sich da warum Juli? Was? Warum? Was denn? Hüßß! Hüßß! Ähm, ähm... Ähm... Ich ertrinke... Ähm... Was? Ich hab' Idee. Ich hab' Idee. Ich hab' Idee. Wie du ertrinkt? Komm, mach zurück. Ich hab' Idee. Ich ... Bin aber hier gerade am Goldfahren. Egal. Andi, will ich schon wieder da hochlaufen? Jetzt leid mich, ich geh jetzt weiter auf Goldsuche. Warte, es ist viel Spaß dabei. Ja, wir brauchen Gold. Ich sag doch gar nicht, ich sag doch schon auf Goldsuche gehen. Ja, du, 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 komm hoch. Äh, du riechst auf. Habt du schon gemacht. Ja, du riechst das Ding da an. Alter, leck mich hier, kommt schon wieder Öl. Kommt das Wasser da hin? Komm ich da nicht hoch, sehr schön. Lasst mich nicht raus. Oh Gott, da ist eine Höhle. Dumm-di-dum. Ah, die hat die ganze Zeit ein hässliches Rohr ausgefahren, aber es pumpt irgendwie nichts. Warte, stimmt, die Pumpe. Ja, stimmt, 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 stimmt. Warte, ich komm. Den fabriziert halt eben nichts. Warte mal. Oder wir gucken einfach bis zum nächsten Mal auf YouTube oder sowas. Bilder... Query... Fungry... Tank... Das hängt nicht auf dem Sitzen. Gut. Ähm... Jetzt ist das Ding wieder weg. Dieser Schlauch. Wieder ausgefahren. Halt sich die Seite aus, oder was macht das Ding jetzt nicht? Nicht da hinten abbauen, bau das wieder hin. Böses Ding. Einfach im Scheißdreck. Schau mal. Hm? Komm mal her. Hm? Da unten. Lol, was... Ich weiß glaub wie. Wie? Ah, pass auf. Ok, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das kostet die ganze Zeit schon auf. Ähm... Hast du Eimer? Nimm mal zwei Eimer. Weil wir brauchen ja... Ich hab einen Eimer. Einen? Ja. Wir brauchen ne unendliche Wasserquelle. Ja, wir haben's auch ne unendliche Wasserquelle. Ja, aber die muss hier unten drunter. Ganz da drunter? Ja. Geh mal weg da. Jetzt, nee, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich mach noch kurz nen zweiten Eimer. Wir haben kein Eisen. Äh, ich hab's. Machen wir mal kurz nen zweiten Eimer, bitte. Jetzt bin ich ja dabei. Machen wir mal bitte kurz nen zweiten Eimer. Warte mal ein paar mehr. Ja, ok. Man weiß ja niemand mehr, der wir hier braucht. Ähm... Pack ich mal das Eis mit mir zurück. So. So, jetzt pass auf. Wir machen da weg, da weg. Wir machen das jetzt mal alles weg. Also jetzt ist die Pumpe an, sagt's ja, gell? Keine Ahnung. So. Ey, wo kommt denn das Wasser her? Und da drinnen vielleicht? Mach mal weg da. So. Vielleicht geht das Ding einfach schon so runter. Das Ding geht auch so schon runter. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier ein 3x3 Feld mit Wasser. Weil 3x3 ist ja auch unendlich, oder? Ja, klar. Ich guck, hier kann ich sogar durchlaufen. So. So, da und da. Und jetzt platzierst du da mal noch einen. Da. Ja, das ist ja schon still. Warte. Ich sch... Den produziert halt eben nix, ne? Ja, weil ich glaub, dass die noch Strom braucht. Auch noch. Warte mal, dann, 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 dann... brauche ich mal schnell Kabel und verbinde die... Eeee Kabel... äh, die... Ah, weg, ah. So. Ähm. Wurden wir's, machen wir's, machen wir's, machen wir's. Energiekabel, Energiekabel, Energiekabel. noch ein Kabel. Ich nehme einfach mal alle Kabel mit. Ah. Oh, du musstest was in noch eins.